Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute werden wir uns mit einem weiteren Navigationsthema beschäftigen und zwar mit dem Thema der magnetischen Anomalien. Warum braucht man das? Was hat es da für Auswirkungen? Welche gibt es da? Das werden wir uns jetzt anschauen. Wie ihr seht, ich bin wieder im Wald hier unterwegs. Es ist ein bisschen winterlich und ich habe jetzt neulich auf meiner Webseite einen Blog veröffentlicht über die magnetischen Anomalien, die es so gibt. Warum? Weil ich zu dem Thema Kompassstörgrößen, dazu hatte ich ja mal ein Video gemacht, jede Menge Fragen bekommen hatte. Also es gibt hier die Deviation, Deklination, Inklination und so weiter. Und da ist eben ein großer Punkt die Abweichung der Magnetnadel anhand von magnetischen Feldlinien. Und da habe ich, wie gesagt, jede Menge Fragen zu bekommen. So online, über WhatsApp, über YouTube, über auch Leute, die ich so getroffen habe, mit denen ich dann ein bisschen Navigation gemacht habe. Und deswegen will ich jetzt erstmal die Grundlagen zur magnetischen Anomalie hier nochmal kurz durchgehen. Magnetismus, das kennen wir alle. Wir haben Nordpol, wir haben Südpol, wir haben die magnetischen Feldlinien dazwischen. Und im Physik- Unterricht ist normalerweise so, wenn man jetzt das signalisiert oder visualisiert, mit zum Beispiel Eisenspänen oder so, dann sehen wir meistens, wenn wir den Magneten haben, eben diese ganz symmetrisch ausgeprägten Feldlinien. Die sind also wirklich rechts und links gleich, die sind überall mit dem größten, mehr oder weniger, also der Abstand wird immer gleichmäßig größer, gleichmäßig enger, es kommt senkrecht aus dem Pol raus, senkrecht in einem anderen Pol wieder rein. Und so stellt man sich jetzt Magnetfelder vor. Und jetzt wird oftmals postuliert, das ist die Erde und dann haben wir eben so ein Pol und ein Pol und deswegen haben wir das dann so. Das erste, was ist, der magnetische Nordpol, also der physikalische Nordpol, der ist nämlich genau an der anderen Seite da, wo der magnetische, also der geografische Nordpol ist, nämlich auf der anderen Seite. Warum? Weil die Nordmagnetnadel sich natürlich gegen den magnetischen Südpol ausrichtet. Aber man hat irgendwann definiert, da oben, das ist der Nordpol, ja, aber physikalisch ist ein Südpol und genau andersrum. Jetzt hat man also diese Erde und jetzt hat man diese, sagen wir mal Linien, diese Feldlinien, die also, wenn das hier der Globus oder die Erde ist, dass man sagt, okay, hier kommen die Feldlinien raus, sie gehen hier runter und gehen hier wieder rein. Prinzipiell stimmt das auch. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal so eine magnetische Weltkarte anschaut, dann sieht man, dass man mit Abweichung von sagen wir mal 1, 2 Grad, wie hier oder vielleicht mal 3 Grad irgendwo in Europa, bis hin zu 20 Grad weiter im Süden zu kämpfen hat. Also da gehen die Feldlinien wirklich so, man da so ein Schlenker. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so und woran erkenne ich das eigentlich? Also wenn ich jetzt im Gelände bin, jetzt habe ich einmal auf der Karte die normale Abweichung, 1 zu 25.000, 1 zu 50.000, kann ich also auf die Karte gucken, sehe, okay, also ich habe hier ein Datum, das ist meinetwegen die Karte, zwei Jahre alt. Wir haben also jetzt eine Abweichung von so und so viel West oder so und so viel Ost und das müsste man eigentlich schon hingehen und sagen, halt, da steht ja nicht ohne Grund ein Datum, das verändert sich. Also prinzipiell sind die magnetischen Erdfelder oder die magnetischen Felder innerhalb der Erde, die bewegen sich. Wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, in den wissenschaftlichen Dokumentationen nachliest, da wird man auch sehen, dass es zum Beispiel auch eine Magnet-Nord-Südpol-Umkehrung hier auf unserem Planeten schon gegeben hat. Sogar mehrfach, wenn ich das so richtig gesehen habe, die genaue Anzahl kann ich jetzt nicht sagen, aber es gab mehrfach wirklich so ein Kippen des Nord- und Südpols. Das heißt, dieser gesamte Konstrukt der Magnetischen Feldlinien ist permanent in Bewegung. So, und jetzt gibt es natürlich bestimmte geologische, geografische Eigenschaften oder mineralogische Eigenschaften, diese Feldlinien unterschiedlich stark beeinflussen, je nachdem, wo ich bin und in welchem Kontext ich schaue. Und da gibt es prinzipiell zwei große Gruppen. Das sind die regionalen Magnetischen Anomalien und die lokalen Magnetischen Anomalien. Ich möchte jetzt erstmal anfangen und zwar mit den regionalen Anomalien. Regionale Anomalien sind diejenigen, die sich über einen großen, über große Regionen eben erstrecken. Das heißt, wir reden hier für Krustenkonstruktionen von tektonischen Platten, Bewegungen, riesige Magmaströme und, und, und. Also das sind die wirklich großen Elemente, die für Anomalien sorgen, die sich über einen großen geografischen Raum erstrecken und so, sagen wir mal, vorherrschend für eine Region sind. Das heißt, in Nordeuropa oder in Asien oder in wo auch immer diese Abgrenzung ist. Das war in der Safari, irgendwelche Beispiele. Und da hat man eben jetzt eine prinzipielle Abweichung aufgrund einer Struktur, die dort in der Erde, in der Erdkruste, in den jeweiligen Lavaströmen, also diese Magmaströme und so weiter, die davor herrschen. Was hier wichtig ist, zu wissen ist, dass diese regionalen Anomalien langsam sind. Das heißt, sie sind relativ kontinuierlich, sie erstrecken sich nicht nur über eine große Region, sondern aufgrund dieser Region und der damit auch, sagen wir mal, die Mechanismen, die dahinter stecken, sind eben gewaltig groß und dementsprechend sind sie auch temporal ausgedehnt. Das heißt, wir sprechen hier über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, in denen sich eine Veränderung vollzieht und Einfluss auf diese Sachen nimmt. Was natürlich sehr interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel in der Historie mal schaut, wie zum Beispiel Angaben 1700 so viel waren zu magnetischen Richtungen oder zu, sagen wir mal, Orientierungspunkten und sie mit den heutigen vergleicht, da wird man dann schon sehen, dass da also wirklich eine Veränderung drin ist. Das ist aber nichts, was jetzt, sagen wir mal, heute so ist und nächstes Jahr ist es irgendwie groß spürbar anders, sondern wir sprechen hier wirklich von großen Zeiträumen, in denen sich eben diese Veränderung über den gesamten, über die Region und damit auch über den gesamten Planeten eben da erstreckt. Ja, und die Sache ist, was macht es denn jetzt oder was ist es? Tektonische Bewegung oder tektonische Einflüsse. Das heißt also Entstehung, Zerstörung von Erdkrustenmaterial, das ist das, was den wesentlichen Antrieb für diese großen Schwankungen, für diese regionalen Anualien bietet. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, also wenn jetzt zum Beispiel die europäische und die amerikanische Platte, wenn die sich zusammenschieben, dann hat man da eben zum Beispiel diese Veränderung. Das sind Sachen, die sehr langsam gehen. Was sehr interessant ist, zum Beispiel auf Island hat man ja genau diese beiden Kontinente, die zusammenkommen und da hat man jedes Jahr, weiß ich nicht, einen halben Meter oder einen Meter, die die Dinger irgendwie sich bewegen, was ja schon echt viel ist. Also ich meine, es werden Meter gewählt. Ich muss mal gucken, auf jeden Fall so, dass man es messen kann von Jahr zu Jahr und dementsprechend sind da ist natürlich schon gewaltige Bewegung im Gesamtkontext gesehen. Ja und bei diesen tektonischen Krusten, da gibt es dicke Krusten, die führen zu positiven Anomalien und dünnere Krusten, die führen zu negativen Anomalien. Was das jetzt bedeutet, werden wir später noch ein bisschen beleuchten, aber letztendlich kann man hier sehen, dass es eben die dicken und die dünnen gibt. Da gibt es also die positiven und die negativen Anomalien und so baut man sich jetzt ein System auf, um das Ganze zu erfassen. Und ja, also klar ist, sektonische Bewegung, langsam, groß, Erdkruste, das ist der Haupthebel für diese regionalen Anomalien. Ja und dann stellt sich natürlich die Frage, wo treten die Anomalien am meisten auf oder am stärksten und das ist genau da, wo eben diese Platten zusammenkommen, also da, wo diese Krustenverformungen sind, dort wo sie aufeinander stoßen, wo sie auseinandergerissen werden oder wo sie zum Beispiel sich übereinander schieben. Das sind genau die Punkte, an denen diese regionalen Anomalien eben am stärksten sind und flachen dann eben über die Homogenität hinweg dann wieder ab. So, jetzt haben wir also gehört, das hat mit diesen Krusten und dieser Tektonik was zu tun, aber was genau stört denn jetzt diese magnetischen Feldchen? Das hat mit diesem Magnet zu tun, das heißt also hier, wenn dort diese Ströme und Ansammlungen sind, die nehmen eben Einfluss auf das magnetische Feld. Das heißt also, das Vorhandensein von Materialien, die in der Lage sind, mit dem magnetischen Erdfeld zu interagieren oder es zu erzeugen oder es abzulenken. Also dementsprechend muss man hier schon von bestimmten Materialien ausgehen und einer der Hauptpunkte ist eben dieses Magnet und das hat an der Stelle, was die regionalen Anomalien angeht, eben den großen Einfluss. Und was ist es? Durch die Bewegung, die da vonstatten angeht, durch das Fließen oder das Zerschieben, habe ich eben eine unterschiedliche Ansammlung von diesem Material und diese Konzentration führt dann eben zu dieser verstärkten Ab- oder Annahme des magnetischen Felds oder jetzt zu dieser Ablenkung. Das heißt also da, wo große Blasen sind von diesem Material, da habe ich eben was, Meerablenkung, wo sich Gebirge auftürmen zum Beispiel, da habe ich das. Und wenn Krusten oder so sich verteilen und überlappen, dann habe ich eben auch so ein Zerreiben, ein Zerschieben dieser Materialien und über die, sagen wir, Geschichte hinweg, über die einzelnen Schichten, die sich da bilden, habe ich unterschiedlich starke Ansammlungen von dem Material und das gibt dann letztendlich das Muster, was zu dieser Anomalie führt. Okay, eine andere Sache sind zum Beispiel Sedimentbecken oder Sedimentanlagerungen. Die haben ein anderes magnetisches Verhalten als Kristallinematerialien und dementsprechend, wenn sich irgendwo ein großes Sedimentbecken ansammelt, dann habe ich natürlich hier auch ein Abschwächen des Ganzen, beziehungsweise eine Veränderung der Anomalie und dementsprechend nehmen die eben auch Einfluss drauf. Also nicht nur die Ansammlung dieses Kristallinmaterials, sondern eben auch große Sedimentbecken als, sagen wir mal, Gegenpol dazu. Dann kommt natürlich die große Frage, wie messe ich das eigentlich? Ich werde hier garantiert nicht in alle Einzelheiten gehen können. A, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist und B, weil ich es auch nicht ganz im Detail darin stecke. Aber es gibt zum Beispiel einen Bereich der Satelliten oder der Luftmagnetometrie. Ja, Magnetometrie, oh Gott, ein Wort, ich kann es mir nicht merken. Also das Messen mit einem Satelliten oder von einem Flugzeug aus. Das Schöne dabei ist, man hat halt von oben einen sehr guten Eindruck auf diese Magnetfeldlinien, die da sind und kann so große Bereiche, sagen wir mal, in der Gänze sich anschauen und hat so die Möglichkeit, eben ein großes Bild zu erfassen. Nachteil ist natürlich, dass Detail fehlt an mancher Stelle. Aeromagnetische Untersuchungen. Hier werden große, das werden also nicht groß, aber übergroße Gebiete, werden spezielle magnetische Messinstrumente geflogen und die sind eher dazu da, um Trends und Muster zu erkennen und geben somit ein anderes Bild auf diese Anomalie, als es zum Beispiel durch die Satelliten oder die Luftmagnetometrie ist. Wenn ich das jetzt alles habe, dann habe ich natürlich noch Bodenstationen, die das Ganze messen und kann so also lokale Messungen vornehmen. Und jetzt kann ich all diese Daten zusammenfügen und eben diese Magnetkarten dann erstellen. Und dort habe ich dann eben von oben das große Bild, ich habe eben die Trends und Mustererkennung mit diesen, sagen wir mal, anderen spezialisierten Messgeräten. Ich habe die Bodenmessgeräte, die dann lokale Messungen vornehmen. Und das alles wird zusammengefügt zu diesen, sagen wir mal, abstrakten magnetischen Karten. Und ich muss mal sehen, da gibt es auch welche, muss man mal im Internet suchen. Ich habe die URL jetzt nicht im Kopf, ist irgendeine Uni, die das mit total kryptischer URL dann rausgibt. Da gibt es so ein schönes PDF, das wird regelmäßig aktualisiert. Da sieht man, wie über diesen gesamten Globus diese Feldlinien eben im großen Maßstab abgeändert worden sind oder sich verändern. So, da stellt sich natürlich die ganz große Frage, was mache ich denn eigentlich alles mit dem Zeugs. Es gibt zum Beispiel diese tektonischen Studien. Also wenn ich weiß, bestimmte tektonische Eigenschaften verändern das Magnetfeld, dann kann ich natürlich durch die Beobachtung des Magnetfelds auch Rückschlüsse auf die tektonischen Bewegungen haben. Und diese Wechselwirkung, die wird in der Forschung genutzt in, ja, sagen wir mal, all diesen geografischen oder geologischen Betrachtungen. Das heißt, da wird sozusagen das Magnetfeld genommen, um Rückschlüsse auf die Tektonik zu nehmen oder die Tektonik sozusagen ist die Erklärung für die magnetischen Anomalien. Aber das ist ja nicht alles. Ja, und wofür kann man magnetische Anomalien noch einsetzen? Ja, zur Ressourcenexploration. Das heißt, wenn jetzt nach Rohstoffen gesucht wird, dann kann man natürlich genau diese magnetischen Anomalien nehmen, um dann eben Rückschlüsse darauf zu führen. Da müssen jetzt sehr viele magnetisch wirksame Stoffe sein. Also es können Eisenerz oder sonst was sein. Und dementsprechend wird das da auch zur Suche nach Ressourcen eingesetzt. Also sprich, große Firmen, die sowas abbauen wollen, die gehen genau über solche magnetischen Anomalien, um eben tief im Boden solche Schätze zu finden. So, und jetzt kommen wir noch zu, sagen wir mal, zwei Sachen, die sehr interessant sind. Das ist einmal die geologische Kartierung. Das heißt also, es werden solche Magnetfelder auch genommen, um eben Karten zu erzeugen, die eben die Bodenbeschaffenheit, die Mikroßen und so weiter darzustellen. Also diese Wechselwirkung hat er jetzt ein paar Mal. Aber auch im Bereich der Umweltdokumentation beziehungsweise Umweltstudien. Warum? Ich kann mit solchen magnetischen Anomalien natürlich nicht nur feststellen, wie ist, sagen wir mal, der Zustand jetzt, sondern ich kann auch die Veränderung feststellen. Und das kann Verschiedenes bedeuten. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ich hier Erosionsmuster erkenne. Es kann sein, dass ich andere Nutzung von großen Gebieten dadurch erkenne. Da ist eine Nutzungsänderung und dadurch habe ich eben eine Anlagerung von bestimmten Stoffen oder eine Reduktion von bestimmten Stoffen und ähnliches. Also Landschafts-Nutzungsänderung, Umweltüberwachung, also wenn es um Umweltverschmutzung geht im wirklich großen Stil. Also Umweltverschmutzung ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Da denkt jetzt jeder irgendwie an Havri mit Öl oder so. Aber was man hier hat, wenn man also hier eine große andere Nutzung einer Fläche hat, die führt dann eben auch teilweise zu solchen Veränderungen dieser magnetischen Feldlinien. Und das kann man detektieren. Ja, jetzt haben wir also gesehen, was im großen Maßstab die regionalen Anomalien oder so ganz grob gesehen, was sie damit auf sich hat. Jetzt gibt es aber noch die lokalen Anomalien. Und die sind für uns, nämlich auch in der Navigation, Zusammenfassung und Navigation kommen noch ganz zum Schluss, ist auch noch mal von Bedeutung. Weil hier sprechen wir von magnetischen Anomalien, die eben auf einen kleinen Raum begrenzt sind. Das kann eben sein durch sehr starke mineralogische Vorkommen, durch bestimmte menschliche Veränderungen oder Veränderungen durch Menschen und und und. Und diese Sachen sind teilweise in der Navigation sogar noch wesentlich fieser, weil die sind regional relativ eng begrenzt. Und im Gegensatz zu den regionalen Anomalien, die ganz langsam an- und abschwellen oder sich umlenken oder verändern, ist es bei den lokalen Anomalien so, dass sie auch relativ spontan auftreten können, relativ kurze Übergangsphasen haben. Also Anomalie ist nicht vorhanden. Nein, zack! Anomalie ist vorhanden über einen gewissen Bereich und zack ist wieder weg. Und das ist natürlich für uns in der Navigation ein wesentlich unangenehmerer Punkt, weil diese Sachen werden nämlich meistens auf Karten nicht aufgeführt. Was hat sie damit auf sich? Erstens, sie sind sehr schnell in der Veränderung, sie sind sehr abrupt, sie sind räumlich sehr begrenzt. Und was eben noch ist, zum Beispiel geologische Merkmale können sein, es ist ein Abbaugebiet. Zum Beispiel unterirdisch wurden Flüts abgebaut und dementsprechend habe ich dann sozusagen Vorkommen. Dann habe ich ein Gebiet, wo kein Vorkommen mehr ist, weil es abgebaut ist, weil irgendwie vor zweieinhalb Jahren da jemand im Schacht alles weggebuddelt hat und dann ist es euch wieder da. Ups, habe ich also eine Variation bei dem Ganzen. Und dementsprechend habe ich auch mittlerweile sehr viele von Menschen verursachte Anomalien. So, das kann sein, dass zum Beispiel eine Ansammlung in der Antike gewesen ist, die einfach verschüttet ist. Was weiß ich, da war irgendwie Werkstätten, da waren Abbaugebiete, da waren Gebiete, in denen sie bestimmte Sachen verarbeitet haben. Es können Mülldeponien sein, ja, uralte Mülldeponien, die irgendwo verbuddelt sind und eine schöne Wiese drüber wächst. All diese Sachen, die können zu diesen magnetischen Anomalien führen, genauso wie Gebäudestrukturen und, und, und. Bleuchten wir nochmal ganz kurz die Ursachen für diese lokalen magnetischen Anomalien. So, da gibt es also geologische Strukturen. Das heißt, hier habe ich Verwerfungen, Brüche in der Erdkruste, also in den Erdmaterialien. Ich habe sowas wie Schwankungen der Magnetfeldstärke durch, 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 durch gefaltetes Material im Boden. Also ich habe zum Beispiel eine Ansammlung von etwas und dann gab es irgendwann mal einen Absacken oder Aufbäumen von dieser Struktur und dann habe ich da eben so einen Knick drin. Ja, also solche, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten, die dann an diesen Bruchstellen eben auch für wesentlich stärkere Veränderungen in dieser Anomalie führen und damit ist es nicht mehr so homogen. Mineralvorkommen sind zum Beispiel ein sehr großer Punkt. Das heißt also, ich habe irgendwo Erzkörper, magnetische Mineralien, ich habe lauter so ein, ja irgendwas, was magnetisch reagieren kann im Boden. Das können also Oxide sein, das können, können Metalle, Minerale und, und, und sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Mine, in so einem Steinbruch bin, wenn ich auf so einem Hügel bin, wo das Zeug ist, dann tanzt die Nadel. Ja, so, das ist eine. Und dann gibt es eben noch die menschlichen Aktivitäten. Auch da muss man ein Auge drauf haben, also nicht nur auf diese geologischen Strukturen, nicht nur auf das Vorhandensein von solchen Materialien in dieser Region, in dieser lokalen Umgebung, sondern ich muss auch schlicht und ergreifen gucken, wo sind menschliche Einflüsse. Das können Sendemasten sein, das können Hochspannungsleitungen sein, das können, wie gesagt, eben sowas wie Schächte sein, alte Abbaugebiete, Mülldeponien, Kramkörper, also alles Mögliche. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie groß ist denn so eine lokale magnetische Anomalie? Da kann man mal gucken, da gibt es so Tabellen, die so überschlagsmäßig einem da helfen, zum Beispiel ein Auto, was da steht. Also ein verrosteter Oldtimer, hier mitten im Wald, kann sein, dass der eben eine gewisse Abweichung, eine Magnetnadel im Umkreis von mehreren hundert Metern macht. Ein Sendemast, der kann schon wesentlich mehr abwirken. Ein, beim Militärmerkt, sagen wir mal, lernt man das dann auch, ein Panzer und ein Auto und was weiß ich was. Also all diese Sachen, die haben halt diese magnetischen Anomalien, das heißt alles, was irgendwie Menschen gemacht ist. Für uns rein praktisch ist es meistens so, dass ich schon sehe, dass Leute keine Rücksicht drauf nehmen, wenn da zum Beispiel Hochspannungsleitungen in der Nähe sind. Oder wenn da irgendwo, wie gesagt, der schon mehrmals erwähnte Sendemast steht. Ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das zu messen. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das ist in meinem Blogbeitrag auf der Webseite ein bisschen beleuchtet, sodass man ein paar Anhaltspunkte hat. Aber es gibt eben diese Magnetometer und damit wird eben das lokale Magnetfeld gemessen. Ein netter Anwendungsbereich ist, manchmal sieht man eben so Leute, die haben so lange Stangen am Körper, tragen die so am Körper mit so mehreren Penöpseln dran und die laufen dann zum Beispiel so Felder ab. Das kann sein, dass man dann ein archäologisches Team in der Nähe hat, weil mit diesen magnetischen Veränderungen eben danach gesucht wird, wo könnte eine alte Siedlung sein, eine alte Müllkippe und so weiter, um die dann eben zu heben und daraus Rückschlüsse aus der Vergangenheit zu haben. Also nicht nur die Jungs, die sondeln, sondern die suchen ja nur nach dem Zeugbuddels aus. Aber eben diese Magnetfeldmessungen, die werden eben zum Beispiel auch da noch genommen. Aber wie gesagt, wie das gemessen wird und so weiter, übersteigenden Rahmendienstvideos lassen wir jetzt raus. Nur wichtig ist, im Vergleich zu den regionalen Anomalien geht man eben nicht satellitengestützt oder sagen wir mal über den Luftraum, über große Strecken, sondern man hat wirklich lokale Messungen. Man hat irgendein Messgerät am Körper, man läuft über eine gewisse Stelle, man spricht hier von Metern, von Kilometern und nicht von Hunderten von Kilometern. So, wollen wir nochmal zusammenfassen. Wo bekomme ich die Informationen her? Was gibt es für Informationen und welche Auswirkungen haben Sie auf meine Navigation? Also, es gibt einmal die regionalen Anomalien, das sind diese großen Anomalien, die sind eben im großen Maßstab, sind bedingt durch tektonische Bewegungen, durch Magnet und ähnliches. Das heißt, da haben wir große geologische Strukturen und dementsprechend haben wir auch große Zeiträume, in denen sich diese Veränderungen, sagen wir mal, manifestieren, als auch große Regionen, in denen diese Anomalie zu einem Schwenk rechts oder links, also Ost oder West oder wie auch immer führen. So, das findest du meistens auf den Karten. Das heißt, auf jeder Karte hast du meistens eine Ost- oder Westabweichung und dazu ein Datum. Und hier musst du eben hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel die Karte, die ist drei Jahre alt. Normalerweise bewegt sich das jedes Jahr um 1,5 Grad. Da musst du ein bisschen korrelieren bzw. rechnen. Solche Abweichungen findest du auch noch bei den jeweiligen Umweltentern. Es kommt ein bisschen darauf an, wo das verortet ist im jeweiligen Land. Aber man sollte es eben über Geografie, magnetische Abweichungen usw., findest du eben von dem jeweiligen Land dann eben auch die Behörde oder die Landesvermessungsämter, die dir Auskunft darüber geben können, wie die Abweichung denn aktuell ist. So, hier in Deutschland, ehrlich gesagt, ist größtenteils diese Abweichungen vernachlässigbar. Je weiter du in den Norden gehst, also zu den Polen kommst, wird es dann schon ein bisschen mehr. Und es gibt Bereiche in der Erde, also Richtung Afrika zum Beispiel, da schlägt das Ding dann bis zu 20 Grad aus. Also von dem her, man sollte sich vorher darüber im Klaren sein, was das bedeutet, damit man den großen Kontext dieser regionalen Anomalien erkennt. Erkennt, weiß und dann eben entsprechend in der Navigation auch mit einplanen kann. Kommen wir nun zu den lokalen Anomalien. Lokale Anomalien sind eben die, die sehr kleinflächig sind, die eben spontan auftreten können, die eben auch, sagen wir mal, relativ zügig in der Modifikation, in der Bewegung, in der Manifestation sind. Und hier habe ich eben das Problem, dass in größtenteils eben Sachen, die, sagen wir mal, ein kurzes Mineral oder ein kleines Mineralvorkommen hier ist oder ein Abbaugebiet oder eine alte Mülldeponie und, und, und. Ich habe das jetzt also mehrfach ja aufgezählt, was so diese Merkmale sind. Das sind also Strukturen, die ich erkennen muss, während ich laufe oder die ich einfach wissen muss, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ich bin in einem Abbaugebiet und unter mir sind Schächte und zwei Kilometer weiter sind eben keine Schächte mehr und da ist das Material wieder. Hier muss man sich behelfen, weil solche Informationen meistens nicht in den Karten verzeichnet sind. Also in diesen Karten wirst du nicht sehen, ah, hier auf dieser 1 zu 50.000 hast du dich ja oben in der Ecke eine Abweichung von, weil, drei Grad Ost, weil da ist irgendwie eine alte Mülldeponie. Das wirst du nicht haben. Du wirst auch keine Einzeichnung haben, ob das jetzt durch eine Hochspannungsleitung ist. Also hier hilft nur, Karte studieren und Karte ausrichten anhand von geografischen Merkmalen, dass du also geografisch Nord hast, und dann schauen, inwieweit dein Kompass dazu passt. So, und wenn du merkst, da ist eine größere Differenz, dann weißt du, okay, jetzt bin ich meinetwegen hier in so einem bergigen Gebiet, hier sind Mineralvorkommen, scheiße, so. Und da muss man da, sagen wir mal, das berücksichtigen. Ja, berücksichtigen kann man das nur, wenn man es weiß, beziehungsweise wenn man ein offenes Auge dafür hat. Und da ist es meistens auch fies. Also wenn du jetzt wirklich draußen irgendwo in der Natur bist, 30, 40 Kilometer von allem möglichen Weg, und dann hast du eben so eine Ablagerung da, da kann es eben dazu führen. Aber hier, wie gesagt, Kompass und Karte können sich hier gegenseitig in der Fehlerkorrektur eben unterstützen. Und das muss man mit den lokalen Anomalien eben machen. Wie gesagt, auf der Karte findest du die regionalen, die lokalen Anomalien. Da muss man ein Auge für haben. Wie gesagt, halt die Augen offen auch nach, sagen wir mal, größeren Gebäuden, unnatürlichen Strukturen, geologische oder geografische Veränderungen von flach auf auf einmal steil aufsteigendes Gewehr und so weiter und so weiter. So, ich hoffe, das konnte den Begriff magnetische Anomalie und das Wechselspiel, also A, wo kommt es her, wie ist es ausgeprägt, welche von diesen Anomalien eben zu finden sind in der Dokumentation, die ein wenig näher bringt, sodass du jetzt, sagen wir mal, bei der Navigation eben diese beiden großen Blöcke auseinanderhalten kannst. Und ich hoffe, dass es dir bei der Navigation dann auch helfen wird. Ansonsten, wenn du Fragen und Anmerkungen hast, natürlich wie immer runter in die Kommentare. Würde mich freuen. Denkt dran, Daumen hoch als kleines Dankeschön, Abo dalassen. Wäre auch sehr freundlich, denn es freut mich mit jedem neuen Subscriber. Das ist das Dankeschön für die Mühe, die ich immer mache. Okay, also ich werde jetzt ein bisschen weiter wandern, noch ein bisschen diesen, naja, sagen wir mal, ansatzweise Winter genießen, denn ich bereite mich ja gerade auf meine Schwedentour vor. Das heißt, wir haben jetzt gerade Januar, als ich dieses Video gedreht habe oder jetzt gerade drehe, und im Februar geht es hoch ins arktische Gebiet. Und da werde ich dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Also, schaue hin und wieder auf meinen Kanal. Da kommen demnächst noch einige Wintersachen. Also, bleibt gesund, bis bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns.